Hallo, hier ist Disney Europa. Ratet mal, wo ich bin. Woran erkennt ihr das? Okay, ich sag's euch, ich bin im Heidepark. Erster Saisontag 2017. Wollen wir mal schauen, was uns hier heute erwartet. Viel Spaß! Ein neuer Shop im Heidepark. Ein neuer Shop im Heidepark. Guten Morgen, hier ist Disney Europa aus dem Heidepark. Ich bin Schwäler, oder? Hier ist Disney Europa. Kannst du mich auch Jelly Belly nennen? Nein. Hier haben wir einen Shop im Heidepark, beziehungsweise einen vergrößerten Shop im Heidepark. Nicht schlecht. Lecker, lecker. Die kann man sich kostenlos bedienen und dafür nehmen, was man will. So viel, so viel, wie man möchte. Ja, du mal rein. Ich packe schon mal die Tasche aus. Nein, natürlich nicht. Muss man natürlich bezahlen. Eine Woche vor Ostern wird hier mal Heidepark schon eine Hase geschlaftet. Oh, das riecht aber. Woher riecht denn das nach Schokolade? Riecht doch mal. Oha. Krass, oder? Und jetzt? Du hast die Brauern ab. Ja, weiß nicht. Was soll ich tun? Wo ist der Hammer? Du hast das Stück abbrechen und essen. Du musst meinen Stick haben. Du musst meinen Tape-Stick haben. Ich hoffe, dass sie innen hohl ist und nicht kompakt ist. Okay. Ich habe Angst. Ja, versuch es irgendwie. Ich mache den Kampflug. Es geht nicht. Okay, dann nehmen wir doch mal die Kamera. Okay, jetzt kommt die brutale Vamiante. Soll ich mich aufsetzen? Aber nur die Ordnung. Die Ordnung. Jetzt kann man absetzen. Hey! Ich habe es weggeflogen. Ich kriege die Schokolade bis in Heidepark. Das ist das Beste. Ja, bezieht euch. Guter Bezüge. Kommen. Liebe kleine und große Abenteurer. Hier spricht nochmal euer Lord Explorus. Macht euch bereit. In wenigen Minuten öffnet sich nun endlich das magische Tor, hinter dem die fantastischen Abenteuerwelten auf euch warten. Vorpassieren. So, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Das ist aber jetzt nicht schön. Das muss man ein bisschen besser, ne? Moin. Moin. Super. Wollt ihr alle da rein? Ja. Ich muss mich mal eben zum roten Knopf durcharbeiten. Den habe ich hier vorne hingestellt. Da steht Ben Luca schon neben. So. Ben Luca öffnet heute mit mir zum Saisonstart den Park und mit euch zusammen. Wir brauchen dafür eure Hilfe. Ah, übersteller. Dieses Tor öffnet nach so einer langen Saison, Winterzeit, erst mit dem richtigen Countdown. Wir üben das jetzt einmal. Ja? Ich sage 10, ihr setzt mit 9 ein und dann zählen wir runter bis 0. Wir üben aber erst nur die 9 und die 10. Also 10! Ahoi! Ja, das könnte klappen. Vielleicht ein bisschen mehr Euphorie reinlegen in das Ganze, ja? Noch einmal. Achtung. 10! 10! Oh, das klingt gut. Das ist hervorragend. Ben, bist du damit auch einverstanden? Ben ist damit auch einverstanden, hat er gesagt. Wollen wir anfangen? Nein! Okay, fangen wir an. Ah, ich bin ganz nervös. Ihr auch? Also wer jetzt nicht nervös ist, da hinten ist das Tor. Ihr könnt wieder gehen. Ja? Alles klar. Achtung. 10! 9! 8! 4! 6! 5! 4! 3! 2! 1! No, no, drücken! Hey, 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 hey! Jawohl, die Saison 2017 beginnt. Ich wünsche euch einen richtig geilen Tag im Heidepark und viele, viele Abenteuer. Tschüss, viel Spaß! Ja, moin. Schön, nicht zu sehen. Ui, ja! Ui, ja! Ui, ja! Oh, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday wie heißt du denn? Joren, happy birthday to you! So, da kommt unser Lord, da könnt ihr mal rüberwinken, da drüben ist er! Immer die Richtung, nicht stehen bleiben, nicht schubsen, wenn dann richtig! Ja, ich hab euch alle noch nicht gesehen, wo ist Neues erst mal! Ja, ich hab euch alle noch nicht gesehen, wo ist Neues erst mal! Dankeschön! Bitteschön! Hallo mein Jungefreund, viel Spaß dir! Bitteschön! 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 Schicke Mütze gefällt mir sehr gut, mit Sternchen drauf, wir können auch gerne tauschen, ihr seid gut vorbereitet, sehr schön, alles dabei, Wasser, Sandwiches, Chips, alles dabei, Alkohol, doch nicht so gut vorbereitet, einen wunderbaren, einen wunderschönen guten Morgen, wir haben extra die Bodenheizung angestellt heute Morgen, einen wunderschönen guten Tag, junge Abenteurerin, Infomann, und pass auf, hier, ich habe eine Kampfhunde dabei, einen wunderbaren, oh, ein Spiderman-Mützchen, gefällt mir auch sehr gut, einen wunderbaren, hallo, oh, das schmeckt schon, am frühen Morgen, na, aber jetzt ab, bitte, bitte. Die Fotos sind auch wieder da. Hier ist der Hansa-Park heute, der Walde-Park. Guck mal, die Haare sind gekehrt, das geht so, perfekt, noch ein zweites Mal, das machen wir auch ein zweites Mal, sicher, sicher. Ja, wir machen das nochmal. Viel Spaß mit dem Foto, tschüss, so, auf geht's. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Tschüss.